Zwei, eins. Herzlich willkommen zum nächsten Kollektions-Erklärungs-Video hier auf Schulpräsentation angelehnt mit meinem Co-Kommentator Gim Tabrayil. Heute dürfen wir euch präsentieren die 13. Kollektion. Es wird wieder Wahnsinn. Wir haben einen krassen Namen. Den du erklären darfst. Ja, der Name heißt CC. Ich gebe weiter an Tim. Die Kollektion heißt CC. Wir haben im Endeffekt quasi Core Collection in dem Fall. Und CC, ich kann euch hier kurz so die Präsi einblenden, damit vielleicht die Gedankengänge besser versteht, als wenn ich das jetzt hier eine halbe Stunde erkläre. Wir haben eine Komponente. CC ist quasi eine Konstante. Also die Qualität und alles, wofür wir stehen, was einen roten Faden ist, was ihr immer erwarten könnt bei uns. Die Gedanken, die da auch drinstecken und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es die Variable C, die sich immer wieder austauschen kann. Weil ihr seht das, wir haben jetzt einerseits etwas, was länger verfügbar ist und sonst haben wir noch unser bewährtes Konzept, wo wir einfach Kollektionen machen, wo wir uns austoben können, ausleben können. Weil wir immer, immer eine neue Idee haben und da wollten wir uns den Raum geben und da hat CC am besten gepasst. Liebe Leute, wie immer, es ist der Klassiker. Heute fliegen nicht ganz so viele Teile hier im Hintergrund bei mir rum. Es sind, um genau zu sein, fünf Teile. Wir fangen an mit dem ersten und zwar unser guter alter Fleece. Ihr kennt Fleece von uns, haben wir in mehreren Kollektionen schon verwendet, finden wir einen sehr, sehr angenehmen Stoff. Dieses Mal aber haben wir eine etwas andere Variation. Ihr kennt normalerweise nur den Half-Zip von uns in der Fleece-Variante. Dieses Mal haben wir hier, wie ihr an Tim seht, eine Fleece-Zip-Jacke gemacht. Der Schnitt ist inspiriert von unserem letzten Half-Zip, hier mit dem Racky-Racklan. Dann hier die Stoffeinsätze mit Ripstop. Aber natürlich jetzt, wie ihr sehen könnt, relativ einfach zu erkennen, mit einem Reißverschluss bis ganz nach unten. Und dann Taschen, über die Tim euch jetzt eine Geschichte erzählen wird. Ey Digga, ich wüsste, wenn der Scheiß kommt. Ja, also diese Taschen sind komplett in Handarbeit gemacht worden. Wir haben halt die Taschen angeguckt und dann haben die uns halt aus der Fabrik die geschickt, die mit den Maschinen gemacht werden. Die waren halt übel dünn. Und Nico und ich haben uns halt so angeguckt, haben gesagt so, ey Bruder, die kommen nicht so geil. Und dann haben wir gesagt, ey mach die mal dicker und so. Dann haben die uns dort in der Firma alle gesagt so, oh mach das nicht, die haben nicht die Maschinen dafür, bla bla, das muss man dann in Handarbeit machen. Und wir haben gesagt, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. So seid ihr sicher? Das wird viel, viel teurer. Ich will nur sagen, das sind so kleine Details, wo wir dann auch einfach sagen, ey scheiß drauf, auch wenn das Teil jetzt vielleicht drei, vier, fünf Euro mehr kostet wegen einem dieser Details, dass wir es einfach machen, weil wir es cool finden. Summa summarum, Taschen sind am Start. Und ansonsten hier, das werdet ihr auch noch ein paar Mal sehen, haben wir hier einen Stick gemacht mit der Font der diesmaligen Kollektion. Black on Black, ganz normal. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man zu dem Teil nicht sagen. Fleece, kauft Fleece bewusst. Wir wissen, Fleece wird aus 100 Prozent Polyester produziert, ein langlebiges Teil, aber tragt es auch dementsprechend oft. Denkt also drüber nach. Aber von allen Verarbeitungsschritten her können wir euch da die beste Qualität garantieren. Wir fahren fort, Freunde, mit dem T-Shirt. Das T-Shirt ist eigentlich relativ simpel. Schnitt kennt ihr ja mittlerweile von unserem T-Shirt. Da haben wir nichts dran geändert. Die Qualität ist auch dieselbe geblieben. Wir haben uns hier einfach dazu entschieden, einen simplen Stick hier auf die Brust zu machen, genauso wie auch beim Fleece. Es ist ein schwarzes T-Shirt, das ihr jederzeit mit allem kombinieren könnt. Okay, machen wir weiter mit zwei Teilen, wo wir dieses Mal mal was ganz Neues gewagt haben. Und zwar ein Teil seht ihr bereits an mir. Es ist der Sweater. Auch hier, wie gesagt, also dieses Mal gibt es keine krassen Artworks oder sowas. Es gibt immer nur minimalistische Sticks. Hier seht ihr in der Mitte auf der Brust. Und unser Ziel war so ein bisschen mit den Sachen, die wir jetzt hier gebracht haben, einen Teil zu bringen, das man als Basic benutzen kann, was einen leichten Oversize-Schnitt hat, was aber auch jetzt nicht zu extrem ist. Ihr seht ja an mir, wie das Ganze fittet. Es ist meiner Meinung nach ein angenehmer Oversize-Fit, der eine gute Verarbeitung, sehr gute Qualität hat. So, wenn ihr einen geilen Crewneck haben wollt, oder auch einen Hoodie, seid ihr damit auf jeden Fall super bedient. Ihr seht es ja auch an mir, wie das fittet das Ding. Wenn ihr darauf Bock habt, seid ihr damit auf jeden Fall sehr gut bedient. Also, dann fahren wir fort mit dem Hoodie. Der Hoodie-Schnitt ist sehr, sehr ähnlich von den Hoodies, die ihr bereits von uns kennt. Wir haben allerdings ein paar kleinere Anpassungen gemacht, damit der Stoff mit dem Schnitt perfekt harmoniert. Ihr könnt ja hier auch auf den Fit-Bildern sehen, dadurch, dass es eine extrem hohe Grammatur ist, verhält sich der Stoff immer ein bisschen anders, wenn er dann fällt und Co. Und auch hier haben wir den Stick auf der Brust gemacht. Genau, also der ist auf der Brust und nicht in der Mitte. Und ist ein Ticken kleiner. Und ansonsten habt ihr hier auch einfach diese sehr, sehr massive Qualität vom Stoff. Kapuze auch so schön mit Stand, das mag ich zum Beispiel persönlich sehr. Fahren wir fort mit dem letzten Teil. Ihr seht schon, Tim und ich tragen die Hose bereits. Und zwar haben wir diesmal wieder eine Anzugshose, der Klassiker für uns. Ich glaube, seit Tag 1, wo wir diese ganze Geschichte mit dem Label hier machen, sind wir Fans von Anzugshosen. Und jetzt haben wir eine gemacht, wo wir sagen, qualitativ vom Stoff her, vom Schnitt her. Es ist eine Hose, die könnt ihr auf jeden Fall lange in eurem Kleiderschrank lassen, wenn ihr das machen wollt. Die Hose ist italienischer Stoff. Die ganzen Spezifikationen, was genau, wie viel, wo drin ist, habt ihr nochmal im Anhang oder auf der Website. Da könnt ihr euch austoben, könnt euch alles angucken. Aber wir wollen jetzt auch nicht euch nerven mit den ganzen Sachen. Auch hier, wir machen sehr, sehr lange die Hosen. Nico ist ein riesen Fan davon. Kannst die eigentlich zu jedem Anlass tragen. Kannst gechillt damit rumlaufen oder auch nicht. Wir haben hier den Schnitt jetzt dieses Mal, sag ich mal, auf unsere aktuellsten Bedürfnisse so angepasst. Also die Hose ist einfach breiter. Wir sind jetzt gerade mittlerweile eher so auf dem Trip, dass wir die Hosen ticken, breiter mögen und wollen. Ihr seht ja den Fit, wie es aussieht jetzt gerade bei uns. Vielleicht aber bei dir ein bisschen besser sichtbar oder du weissens Schuh trägst. Ja. Aber unserer Meinung nach einen Topfit, den könnt ihr immer tragen. Auch mit einem Anzugsschuh oder wie auch immer. Wir hatten damals so die Idee, dass wir diese Max gemacht haben. Die gesehen, die haben wir nur für uns selber gemacht. Also wir haben die auch produziert und wir haben jetzt das erste Mal ein Magazin gemacht, auch für euch. Nicht wegen Geld. Das kriegt ihr dieses Mal gratis mit dazu geschickt. Und zwar wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen auf diese ganze Reise, die wir gemacht haben. Das ist wie gesagt die 13. Kollektion. Und gehen so jede Kollektion durch und gucken vor allem so, ich sag mal, was halt so wirklich behind the scenes passiert ist. Also nicht so dieses klassische, wir inszenieren uns das jetzt aus der besten Seite zeigen, sondern so wirklich, was ist passiert in diesen Kollektionen. So intern gab es da Flops, dies, das. Und das schicken wir euch quasi dann zu. Die haben wir jetzt gemacht und die sind in jeder Kollektion. Es ist quasi ein Magazin dabei, wo wir diese ganze Timeline aufgreifen. Ich fand eigentlich den Magazin Überschnitt ganz geil, um jetzt darauf einzugehen. Ich glaube, die Historie beschreibt auch ganz gut den Aufhänger, warum wir uns dazu entschieden haben. Eine sehr runtergefahrene Kollektion mit nur fünf Teilen zu bringen, die auch komplett schwarz ist. Es könnte vielleicht im ersten Moment so wirken, ja hey, die machen jetzt auch einfach hier ihre Basic-Teile, wollen jetzt hier ihr Cash machen. Ja, wir wollen unser Cash machen. Aber dazu gehört noch einiges mehr. Und zwar haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht, was eigentlich in den letzten Jahren so passiert. Nicht nur in der Mode-Welt, sondern auch generell in der Social-Media-Welt, Internet-Welt und Co. Alles sehr schnelllebig geworden. Man konsumiert immer mehr, immer schneller, immer härter so. Egal, welche Plattform es ist. So impulsiver denkst du gar nicht mehr darüber nach so. Ja, man wird einfach nur noch zu bombardiert damit. Also wenn ihr den Trailer gesehen habt, ich glaube, man merkt auch so ein bisschen so, was da die Message dahinter sein soll. Gerade auch in der Mode-Szene. Das ist natürlich auch sicherlich irgendwo eine Konfrontation generell an die Szene, auch eine Konfrontation an uns selber. Aber diese Geschichten, dass immer alles sold out sein muss, immer exklusiv, immer muss man unbedingt das Neueste haben, was unbedingt so wenig Leute wie möglich haben können, ist zwar irgendwo ein schöner Gedanke und das gehört auch irgendwo dazu. Aber meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hat das ein bisschen Überfluss genommen in den letzten Monaten und Jahren. Und die Kollektion soll einfach so ein bisschen so die Gedanken dazu beschreiben, dass wir in unserem eigenen Kopf so eine Gegenbewegung dazu setzen wollen und einfach sagen, ey, es gibt hier fünf schwarze Teile, die sind qualitativ auf einem sehr guten Niveau und sind aber trotzdem zeitnah am Zeitgeist dran. Vor allem so Schnitte und so. Ja, genau. Also auch das, was wir fühlen, auch, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube auch so dieser Kopfweg von, weil eigentlich ist ja so Drop immer, du musst alle drei Monate einen Drop machen, dann guckst du, was ist gerade im Trend und bla. Und auch, dass man so sagt, ey, wir wollen weg vom Hype und wollen auch unseren eigenen Film entwickeln. Ja. Sodass wir nicht irgendwie so... Die Kreativität wird halt sehr, sehr ausgelaugt. Das soll nicht heißen so, man will sich jetzt selber keinen Ansporn setzen. So, natürlich wollen wir neue Sachen machen, neue geile Sachen machen. Aber es ist, irgendwann wird es halt so, okay, du musst halt jetzt diesen Drop machen und dieser Drop muss jetzt sold out gehen, sonst bist du halt so gefickt. Ja, genau. Das versteht also. Unschönes Gefühl, um sich kreativ entfalten zu können. Das ist jetzt sicherlich auch nicht die endperfekte Lösung, aber es ist für uns ein Schritt, vor allem für dieses Jahr, was wir mit der Brand machen wollen, dass wir sagen, ey, es wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr diese Hektik beim Kunden geben, zu sagen, ey, ihr müsst zu der Uhrzeit perfekt da sein, sonst bekommt ihr nichts. Natürlich kann man nie garantieren, dass jedes Teil immer verfügbar sein wird, aber gerade mit dieser Kollektion ist es ein Schritt in diese Richtung zu zeigen, ey, nehmt euch eure Zeit, kauft die Sachen ein, wenn ihr sie einkaufen wollt und bekommt auch die dementsprechende Qualität zum Preis. Und das wollen wir euch einfach mit der Kollektion hier bieten. Also ich kann eigentlich nicht viel zufügen, aber ihr kennt mich, ich krieg's trotzdem hin. Ich finde, da sind so zwei Sachen so ausschlaggebend. Wieso? Weil man kann jetzt sagen, ey, ist das ein Cash-Grab-Move? Ist das jetzt irgendwie eine kackfadenscheinige Erklärung oder so? Nico hat sehr gut erklärt. Wir sind groß geworden mit Drops. Wir versuchen so dem Hype jetzt ein bisschen den Rücken zu kehren, weil also ich persönlich finde das auch, muss ich ehrlich sagen, privat auch einen Ticken ausgelutscht. Weil ich glaube, wir alle sind gerade in so einer Zeit, wo wir merken, durch Corona auch, wir haben übel viel Zeit daheim verbracht, übel viel Zeit mit uns selbst verbracht, übel viel Zeit mit unseren Handys verbracht. Davor hat man so immer gedacht, man hat unendlich viel Aufmerksamkeit, man hat unendlich viel Zeit auch irgendwie, die man am Handy verbringen kann. Aber jetzt merkst du irgendwie, du kannst nicht mehr alles konsumieren. Es entstehen jeden Tag noch mehr Informationen und jeder kämpft um deine Aufmerksamkeit. Also so ein Aufmerksamkeitskampf, um damit Geld zu verdienen. Der einfachste, primitivste Mechanismus, das auszunutzen und damit auch sehr viel Geld zu verdienen, ist Leuten Angst zu machen. Leuten Angst zu machen, dass sie etwas verpassen. Das ist halt das, wo man anfängt sich, wo Nico nicht so realisiert hat, ey, wir wollen uns nicht bei einer Kollektion Gedanken machen, wie können wir jemanden noch mehr um seine Aufmerksamkeit betrügen, indem wir uns fragen, ey, wie können wir das Marketing krasser machen oder wie können wir noch krasseres Video machen. Wir wollen das machen, weil wir was auszudrücken haben und nicht, weil wir denken, das muss jetzt schneller sein, das muss flashy sein, das muss bunt sein. Und ich finde, das ist eine unethische Praktik, weil Impulskäufe zu erzeugen, wo ihr euch danach auch eklig fühlt und dann sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht kaufen müssen oder das habe ich jetzt in meinem Kleiderschrank und bla. Und ich meine jetzt das nicht nur mit uns, sondern ich meine das mit allen. Also wir wollen das nicht. Ich fühle mich selber danach eklig, wenn jemand meinen Kopf so ausnutzt und ich will nicht so Geld verdienen. Dann sind wir lieber stehend gefickt und dann war es das mit Ola Kala und uns. Aber zumindest haben wir versucht, unseren Überzeugungen treu zu bleiben. Ja, also nur mal, um das so kurz zu sagen. Und wir stehen da mit unseren Überzeugungen. Ihr könnt uns an unseren Worten packen. Wir geben Gas und wir wollen das Krasseste machen. Falls ihr das unterstützt, ich bin sehr glücklich drüber. Und ihr werdet sehen, wir haben sehr coole Sachen vor. Auch die nächsten Kollektionen werden krass. Die werden wirklich, wirklich krass. Also Ola Kala wird sich verändern. Vielleicht ist das für den einen oder anderen nicht cool oder es passt nicht. Aber ansonsten, also ich bin glücklich über jeden Menschen, der sich das anguckt und über euer Feedback dann, wenn ihr die Sachen seht. Zitat Tim. Ich weiß nicht, was ich hinzufügen soll. Okay Leute, und wie immer ihr kennt es den Klassiker. Zum Schluss gibt es noch die Facts von uns, die gespittet werden. Ja, also als allererstes mal Releasedatum. 27.03.19 Uhr. Nicht im Kalender eintragen, denn es ist scheißegal, wann ihr in den Shop geht. Nein, auf jeden Fall ab dem 27.03.19 Uhr erhältlich. Seid euch bitte sehr, sehr bewusst darüber, dass diese Kollektion nachproduziert wird. Nein, also das muss man auch mal dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob das richtig rüberkam. Es ist eine Kollektion, die wird immer verfügbar sein. Das heißt, es kann sein, dass mal was ausverkauft geht, aber es wird wieder nachproduziert. Dass ihr da Bescheid wisst. Also macht euch keinen Stress. Die Größen. Meine Allerjudsten. Von XS bis XXL. Könnt ihr auch einfach auf der Website vorbeischauen. Dort gibt es wie immer die Größentabelle. Da könnt ihr eure Werte checken und gucken, welche Größe für euch optimal ist. Freunde, wir haben es geschafft bei Isolation unser Versprechen zu halten. Wir haben knapp 95 Prozent der Order pünktlich angeliefert. Dieses Mal auch alle diese Teile befinden sich bereits im Lager. Bei dem Support hatten wir das Problem, dass wir Peaks haben, dass halt sehr viele Leute bestellen. Und dass auch sehr viele Leute teilweise sehr ausgefallene Fragen stellen, die sie sich auch selber hätten beantworten können. Nicht schlimm. Es gibt keine dumme Frage. Aber das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen mehr Sachen in unserem E-Mail-Postfach hatten. Wir haben weitere Support-Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, wir sind jetzt nochmal sehr viel besser aufgestellt und haben aus der Vergangenheit gelernt. Und haben auch all diese Daten von den Drops. Wir können jetzt prognostizieren, wie viele Leute wir brauchen. Also macht euch da keine Sorge. Da wird euch jeder antworten. Und ansonsten bin ich auch gerne Support-Mitarbeiter selbst. Schreibt mir auf Instagram. Sollte irgendwas nicht klappen oder sollte irgendwas sein, auch könnt ihr mir schreiben. Die Leute werden sich melden. Okay, Leute, das ist es mal wieder. Das ist die 13. Kollektion, die wir euch vorstellen dürfen. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Kollektionsvorstellungsvideos. Es ist immer eine nice Situation, hier zu stehen. Es ist richtig süß geworden. Geht gerne auf der Website vorbei. Schaut euch die Teile an. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für den Support in dieser gesamten Zeit über die letzten Kollektion. Das ist der perfekte Cut, um das Video auszumachen. In diesem Sinne. Wir sehen einfach mal wie du da siehst. Wir sehen einfach mal wie es geht. Wie passt die Klub? Wir sehen uns doch wieder. Wir sehen einfach mal wie es geht. Wir sehen uns doch noch mal wie es geht. Mitteln auszumachen. Ich freue mich auch mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020